Das ist jetzt so viel Scheiße, oder? Naja, wer wollte das? Gewoll der als rechts, oder? Ja, das ist unfassbar! Wahnsinn! Das ist wirklich unfassbar! Was für ein A-Chip ist echt schwierig. Der ist bekloppt in der Birne. Man kann bloß hoffen, dass sie ihn rausziehen. So kommt es wieder raus. Also du brauchst keine Rücksicht auf mich nehmen, du fährst einfach deinen Stiefel. Ja, glaube ich auch. Du fängst an zu schreien. Ich habe ja gesehen, du bist ja hochgeschwindigkeitsfest. Ja, als Fahrer zumindest schon. Ja. 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 Man kann nur hoffen, dass sie ihn rausziehen. Dafür muss ich jetzt ein bisschen zu schnell durchfahren. Da kommt der Batschi hinterher. Ja, sehr gut. Die Kurve hat so viel krüpp. Die Kurve. Die Kurve hat so viel krüpp. 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 Die Kurve ist so krüpp. Die Kurve hat so viel krüpp und viel krüpp. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier außen überholen, das ist wirklich kritisch und nicht so schön. Ich hatte jetzt das Gefühl, du hast einen Ticken zu spät rein. Ja, das war ich auch, weil ich noch mal in den Rückspiegel gucken habe, wo Machi ist. Da war ich ein kleines bisschen zu spät. Alle vier in die Luft. Das ist jetzt sehr schade. Ja, das war ich. Ich bin in den Spuren. Dann wollen wir lieber ein bisschen vorsichtig fahren. Nicht, dass er da noch etwas verloren hat. Ich bin in den Spuren. Ich bin in den Spuren. Ich bin in den Spuren. Okay. Ich bin in den Spuren. 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 Vielen Dank.